Willkommen zu einer Reise in Dein Inneres. Im Moment geschieht im Außen so einiges. Dies kann verschiedene Gefühle, Gedanken und Missstimmungen in Dir aufkommen lassen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Du wieder in Deine Mitte kommst und Ruhe in Dir findest. Tauche ein in die Kraft des Wassers. Mach es Dir gemütlich. Und während Du immer mehr zur Ruhe kommst, kannst Du jeglichen Ballast, der sich in letzter Zeit bei Dir angesammelt hat, in Deiner Vorstellung dem Wasser übergeben, damit es sich Stück für Stück wieder von Dir löst und Du am Ende wieder leicht zu Freude und Zuversicht gelangst. Außen so weiter. Wohnteste Auf Treue Auf Treue Auf Treue Auf Treue Auf Treue Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020